Fingernägel, nimmt meinen Nippel, nimmt meinen Nippel, Alter und drückt da rein und ich schreie los ohne Witz, Rage durch, ey, wenn du dich richtig... Ein 10-jähriger Cousin gibt dir einen Nippel-Twist. Nein, mein 20-, 30-jähriger Jährigen. Die geben dir einen Nippel-Twist, ey, sind die Uli geistig geflirt oder so? Nee, man, nur du sparst, du guck mal. 30 Jahren geben die dir einen Nippel-Twist. Nein, nicht 30! 22... So im Alter von 20 bis 30, du Opfer.